liebe gaming freunde wir spielen lacuna einfach mal hier die demo anspielen und wir gucken mal wie es weitergeht bis später okay da ist anscheinend irgendwie na gut ich gehe mal weiter ich weiß nicht was passiert ob es hier noch mehr zu tun gibt ich habe hier keinerlei hilfe ich weiß nicht was ich machen soll ich gehe mal hier runter es sind schon viele leute da kannst du machen was du willst interessieren okay da wollte ich jetzt eigentlich nicht runter ja dicker wie weit geht es denn hier runter shader in vfx ist das jetzt so gewollt dicker das sind ja hier koreanisch japanisch jasmin pfeiffer deutsch und das ist ja auch ein bisschen leiser mir kommt es so laut vor wenn die grafik wenigstens ein bisschen besser wäre würde ich sagen ist das richtig schön aber so weiß ich nicht oxy bar we know the thrill kann ich hier interagieren banane apfel waldfrucht blaues eis was ist dein lieblings geschmack ich kann ja halt nicht agieren okay das ist alles sehr merkwürdig mc dons okay ich sag's ja wenn das ein bisschen bessere grafik wenn was steht hier andere store ja ich habe einen automaten lief die organik okay ja aber ich laufe hier herum ohne zu wissen was ich machen soll wir gucken mal schnell was wir tun sollen e mails keine akten keine spuren keine schritte distanz doria puls da komme ich nicht durch das war's also zugegeben ich habe hier keine geführte story ich weiß nicht was sie passt mal sie verkaufen ja frittierte tulpa fisch als ob als einzige im bis auf trovia bist du gerade erst angekommen was ja heute ist mein erster tag hier tulpa war mein lieblingsgericht zu hause willst du eine portion soll ich habe es eigentlich die schule geht gleich los aber heute nachmittag komme ich wieder ach ich bin der wo in die schule muss ich lege dir eine portion tulpa fisch auf die seite danke das ist so nett von dir ok also er mag gern fisch das übrigens mag ich auch sehr gern gerade ist eine neue ladung kalschis grüne karamellriegel angekommen ich kann aber nicht interagieren ich weiß nicht was ich machen soll ok dann gehen wir halt wieder nach oben das muss ich mal gucken kann ich hier noch weiter runter gehen ach ich kann hier ja auch nein hier kann ich nicht weiter das muss immer gucken kann ich etwas anklicken nein wie geht es nach oben wie geht es nach unten ich habe gedacht das ist eine u-bahnstation aber das scheint hier einfach nur eine einkaufshalle zu sein das hat ja schon was irgendwie ja ja irgendwas hatte schon ich komme ja nicht rauf gehen nach hause ist meine aufgabe das würde ich gerne tun wenn ich wüsste wo das zu hause ist ja was soll ich denn hier jetzt machen ich habe gedacht das ist eine u-bahn ach hier geht es weiter runter ladies und gentlemen hier geht es weiter runter das wird auch nicht schwierig das geht ja noch weiter runter hier ja da können wir nicht weiter das ist eine überwachungskamera aha was passiert jetzt geht zum computer ach jetzt bin ich hier steht aber gehe nach hause ok gehen wir mal zum computer schauen wir mal was hier abgeht kann man denn die grafik noch irgendwie besser einstellen auflösung geht nicht höher spiegelungen ja ok so gehen wir mal zum computer ladies und chairman ich würde mal sagen wir machen hier mal schluss und wir sehen uns dann im nächsten teil von der demo lacuna prolog bis dann euer nils ciao ja 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 ja